Schottert ist ja sehr bekannt für die Autobauer. Ich bin eher so der Fahrradfahrer, muss ich sagen. Also Stuttgart ist ja, es gibt 10.000 Sachen, die man da machen kann. Bra! Stuttgart-West! Bra! Aber wir mussten uns entscheiden. Es gibt eine Person, der folge ich schon lange auf Instagram. Hallo! Tine heißt die, Tricky Tine. Die macht abgefahrene Gerichte, die kocht sehr gut und ich esse sehr gut. Deswegen dachte ich, gehen wir da mal hin. Dann gehen wir noch ins Teehaus, was ich als Zwölfjähriger mal besucht habe. Wir sind hier in einem Ausflug von Heidelberg beim Zug hierher. Und ich will mal anschauen, ob das immer noch so schön ist wie damals. Willkommen in Stuttgart! Hallo! Hallo! Wir kochen. Heute auch zusammen. Schön ist es hier. Was kochen wir? Wir machen was mit Maultaschen. Was mit Maultaschen? Ich liebe Maultaschen. Ja. Und dann machen wir ein israelisches Gericht. Genau. Wie heißt das? Schakshuka. So mit Tomaten. Tomate, Paprika, Gewürze. Prost! Prost! Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Jawohl. Sehr gut. Ja. Oh. Passaschen. Super am tricky Backyard ist, man streckt die Hand aus und wie Zauberei kommen dann Maultaschen an den Tisch. Man muss einfach nur sagen, was man will. Schnitzel mit Pommes. Schnitzel mit Pommes. Geht so runter da! Genau. It's a magic. Schakshuka. Es sieht so schön aus, Paul. Schön rein ditschen. Mh. Oder? Sehr gut. Das ist echt gut. Kombination super. Ja. Komm mal. Sitzt er? Ja. Sehr gut. Ich gebe dir eine Massage. Ah, danke. Wow. 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 Ja. Ja. Schön. Ja. Ja. ��isk. Schon schön hier. Schon schön, oder? Schon schön ein Stück, ja. Kommst wieder.